die jo leute was geht ab herzlich willkommen zu einer neuen Reaktion heute auf YouTube beziehungsweise Zeitreaktion die ich jetzt hier eben aufnehme auf schnelle erzählen wille laberich ähm ja das allererstes allererstes alles Gute zum Geburtstag Bruder 21 ist der Typ geworden dafür geht mal clap in die Comments und er hat dazu oder dafür einen Track auf Soundcloud hochladen Alternative Rock 2 Minuten 35 gehen wir doch gerne mal rein der Song ist einfach nur 21 und sogar hier unten die Lyrics also wenn das die Lyrics sind aber ich gehe mal davon aus aber nicht lange sondern schon direkt rein und ich gehe mal davon aus und ich gehe mal davon aus und ich sehe keine Change nein ich lasse mich immer noch selber und ich löse dieses und ich löse dieses Ich gebe keinemfach mehr auf die Leute die mir sagen das ist alles nicht wert ich gebe keinemfach mehr auf die Demons am Head und ich weiß es ist schwierig und ich kann es nicht mehr sehen wer ich bin was ich tue was ich fühle oder was ich verdiene denn in meinem Kopf ist es als wäre und piep ich dann niemand ich bin nicht fein nein ich bin nicht fein nein ich bin nicht fein nein ja 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 Und ich geb' ein fucking Damn ab, ich geb' als ein Eifer Denn ich mix'masser mein ganzen Shit, alles Sex Wer von euch da draußen kann das auf uns nicht verlaufen, yeah Geht lieber für 50 Deals, verkauft eure Seelen, aber bitte nicht mit mir Ich bleib' in die Prennen, auch wenn ich merke, dass es nicht funktioniert Geht in euer Loch und kommt nie mehr raus Und ich geb' kein Fach mehr auf die Leute, die mir sagen, dass es alles nicht wert ist Ich geb' kein Fach mehr auf die Demons in meinem Head und ich weiß, es ist schwierig Und ich kann jetzt nicht mehr sehen, wer ich bin, was ich tue, was ich fühle oder was ich verdiene Denn in meinem Kopf ist es als wäre und ich bin schon niemand Ich bin nicht fein, ja, ich bin nicht fein, ja, ich bin nicht fein, ja, ja, ja Sehr geiles Ding Okay, woher kommt Autumn jetzt? Ähm, sehr geiles Ding Ich gehe mal davon aus, dass das hier Hook ist Und ich finde den, ja, äh, den Double Time Pipe Ding, ne Das Double Time Ding in der Hook ganz geil Kommt sehr geil rüber Ähm, ja, man Ey, ganz ehrlich geiles Ding, die hat zum Geburtstag, ist das, äh Hat er da was getroppt Äh, einfach mal random so oft ganz gut angelehnt Aber geiles Ding, geiles Ding, der mir Aber das, das echt ein geiles Ding, der da, nicht ehrlich, das ist geil Ja, man Leute, ich haue euch den Link dazu mal in die, äh, Beschreibung Könnt ihr euch den selber auch noch anhören, wenn ihr Bock drauf habt Und ich finde es cool, dass er hier die Lyrics reingeschrieben hat Das ist auch geil Ich gebe einem fucking damn, ob ich jemals einen Hype haben werde Wenn ich Mix Master meinen ganzen Shit Alles selbst Wer von euch da draußen kann das noch von sich behaupten? Äh, es gibt halt nicht viele, ne Es gibt halt nicht viele, die das noch komplett selbst machen Also mit Mix und Master Das ist, äh, auch eine sehr sehr starke Line hier Das ist auch sehr, sehr stark Ja, und Hey, ganz ehrlich Not bad, Digi, not bad Leute, wenn es euch gefallen hat, schaut in die Videobeschreibung, da ist alles verlinkt Ich, äh, packe euch den Song mal mit in die Videobeschreibung Und, ja, würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal Bis dann, tschüssi Tschüssi